So! Yeah! Ich steh unterm Schirm! Ihr könnt sehen! Kann ich jetzt weiter machen? Jetzt komm mal richtig Sprung in die alten Knochen! Bitte! Genau! Oh! Ich war klar mit dem Schirm! Wenn es ihnen war... Es ist nichts an's! Na, das geht jetzt! Jetzt hab ich doch kleiner Junge dabei! Ja, noch einer! Ja, hoffentlich hol ich mir nicht den Rottstier bei dem Regen! Nein, Gott! Ja, ungewöhnlich, dass schwarze Leute in den Trophäen spielen oder in den Tupac! Hab ich auch noch nicht gesehen! Guck mal, was schwingen sie denn hin? Gehen die raus? Die Bühne leer! Was sind die denn? Die gehen wirklich raus bei dem Regen! Die kommen hier jetzt gleich um die Ecke! Das ist ja stark! Das ist mal Publikumsnähe! Die kommen jetzt gleich! Hier! In hoher die Böse! Schön! Das war die Wunder der Sparkase! Und die Böse! Und ich unterstelle! Drüben kommen sie bestimmt wieder hoch! Alle Mann hinterher, ich lasse mich kaputt. Das Publikum läuft mit. Ihr wisst, wenn es regnet wird hunderte Sparkassen weitergemacht. Ist das nicht schön, herrlich, herrlich. Jo, das ist ja mal ne Idee. Es ist die Sparkasse immer für was gut. Jo, und jetzt? Jetzt löst sich alles in Wohlgefallen auf, oder was? Oder die spielen da unten weiter, weil die Bühne geschwommen hat. Ja, die haben ja vorhin die Bühne mit dem Besen ins Wasser weggekehrt. Kann passieren, dass die unten der Sparkasse weitermachen. Das kann sein. Das sollte mich aber jetzt schwer wundern. Aber es ist schön, wie es alle hinterher getroffen sind. Ja, auf dem Platz ist ja jetzt keiner mehr. So. Die hängen jetzt alle unter der Sparkasse. So. Oder vor der Fressbude. Ne, vor der Fressbude ist auch nichts. Hier hinten noch ein bisschen. Ja. Aha, aha, aha. Ja. Die Saufbude. Hat natürlich wieder gut zu tun. Kauftere Essen bringen. Alles andere. Die Kultur muss jetzt sich verstecken unter der Sparkasse. Jo. Ja, da höre ich erst mal auf, weil da tut sich jetzt nichts. Die bleiben jetzt alle da unten. Okay. Bis dann. Danke.